Hallo und herzlich willkommen zu der Runde FIFA 15 zwischen Anton und Lukas. Ich bin gerade noch der Kommentator und danach wechseln wir mal durch. Guten Tag Manni, Brockmann. Was sagt der? Ander Kommentator noch. Ich werde so hart verlieren, Leute. Ich werde so hart verlieren. Ich fass mal auf. Alter, wie geht das? Okay, warte. Kreisler passt, oder? Also zwei schlechte Spiele gegeneinander. Oh, scheiße. Kreis ist durch. Ja! Am besten als erstes Eigentor. Ich weiß. Und der spielt nach vorne. Er rennt und passt ab und er kommt durch und er schießt. Das ist ein Kreis und Flanke und Tor. Wow! Leider nicht, du kommst nicht. Zählt nicht, oder was? Oh nein! Das ist direkt drauf fahren sollen. Ja, ich wollte. Oh nein! Ich wusste nicht, dass man mit Kreis schießt. Egal, Alter. Nein, das gibt's doch nicht. Das wäre extrem eblich gewesen. Ich spiele es zum ersten Mal und mache direkt ein Tor. Und er hat den Ball vor dem Mittelfeld zurück. Oh, nee, warte. Was sagt der? Irgendwas soll das? Hä? Was war das denn jetzt? Das war schon Abseits. Was für Abseits? Nein, niemals. Das war niemals. Ey, womit machen wir den in die Flanke? Die Linienrichter bei FIFA sind bis zu hoch. Achso, doch da. Naja. Ey, womit mache ich mal den Flanke? Mit Dreieck oder mit Viereck? Mit Viereck. Mit Viereck läuft man mit dem Torwart raus, wenn du es gedrückt hältst. Ja, meine Frage. Das ist praktisch. Und wie krätschig? Passt du. Vier-Eck, wenn du den Ball nicht hast. Aber... Ah! 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 Er hat den Ball. In Hummels machst du einfach nichts zurückgehobert. Hummels! Ne, ist nicht schon gut. Wie ist die Fähre Zweikampf? Fähre Zweikampf ist Kreis. Also, nein. Nein, Fähre Zweikampf ist nicht Kreis. Keine Körper einsatz. Ja, meine Fähre. Wenn du mit Nix oder so was dagegen lauten, meine ich, oder? Meine Fresse! Ich hab geschossen! Alter, du verarschst mich. Kreis ist gar nicht schießen. Kreis ist gar nicht schießen. Ja, ja, ja. Würde ich auch sagen. Nein, du darfst schon nicht gedrückt halten, sonst schießt du zu hoch. Oder so. Du kannst es nicht rausrennen mit dem Torwart. Haha. Ja, wie rät man denn raus, Alter? Mit Dreieck, mit dem Torwart raus. Gott. Aber mach das nicht, wenn da zwei Spiele stehen sind, sonst bist du direkt noch Arsch. Ja, das heißt Falle. Alter, dieser Neuer, Mann. Ja, so ein Arschloch aber auch, ne? Was ein Arschloch? Der ist einfach so krank in FIFA. Das ist halt Manuel Neuer. Ja. Vielleicht ist es gar nicht Manuel Neuer. Manuel Neuer. Nein, das ist Manuel Neuer. Alter, ich komme diesen Joyce jetzt voll nicht klar, ne? Mit dem rechten kannst du nichts auf Tricks hin. Was, 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 was ist das denn? Wieso schieße ich nicht aufs Tor? Wenn du von da aus nicht aufs Tor schießt, dann kannst du in die andere Richtung läuft. Das sind keine Götter. So nicht. Genau. Ich bin mit den Deutschen natürlich. Oha! Äh, als ob die Weltmeister sind. Als ob. Als ob. Als ob. Die Deutschen noch nicht. Oha. Oha. Aho! Oha! Oha! Er schiegt und er... Ecke. Okay, was muss ich jetzt machen für Ecke? Äh, Flaschen. Also Vier-Eck. Vier-Eck? Vier-Eck. wirst du es gedrückt halten nein ich so lange da ist doch gar nix das wollte ich was muss ich denn machen ja ich drück doch viereck einmal was tust du denn ja geil ah nee x war das Junge das war knapp hau drauf hau drauf schade gretchen weg ja ich kann nicht gretchen du hast mich hart verarscht was lauerst du nein du hast mich mit der Steuerung so hart verarscht du verlierst trotzdem fast weißt du erst einem die falsche Steuerung sagen ich kann nicht gretchen das ist nämlich fairer zweikampf viereckse und weg damit Ende Gelände mein Freund warte pass auf wie kann man mit dem Joyful spielen das ist so ein Hate von Nicole und von zuschauen das ist scheiße ich hab's von Anfang an gesagt was laberst du Besser als Wii U ne niemals natürlich Wii U hat auch diesen Bildschirm im Rand draußen rum gehabt und der Bildschirm ist nicht besonders groß ha da sagst du nichts ja weil ich mich grad konzentrieren muss na und das Grätschen funktioniert ja genau gut das Viereckgrätschen ist und nicht kreis so wie sie in Wirklichkeit ist ja ich sag doch das Viereckgrätschen ist ja aber es ist kreis nein es ist kreis natürlich ich hab's doch grad gemacht guck hier das ist ach du hast die andere Steuerung ja abseits von wegen abseits was für vor allem das war der Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger weiß nicht genau alter mach weg wir haben gesagt wir skippen ah ja stimmt ich bin gegen Skipping warte wir können auch deine Steuerung umstellen wenn du willst kannst du mal ja komm jetzt gleich so viel Scheiße alter ich wollte Steuerung oder drüber ja ich wollte ja 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 klassisch halt ja ja ich sag was klärt sich ja wir sind grad beim Y-Controller 1 wir müssen doch zum zweiten ja dann mach du mal wo ist Pause hier dann ähm Einstellungen Gott Klassisch Dankeschön nein jetzt hab ich Klassisch ich hatte vorher zwei Tasten ja ok sicher ja ganz sicher abbrechen komm jetzt zurück kreis 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 nee ist halt nicht Gott alter jetzt hat Mario dich veranstalten jetzt hat Mario dich veranstalten ich fiel euch auf Extremlust oder? hehehe hui ja kommentier mal mehr Mario ja kommentier mal mehr Mario ist so kommentator zurück hey 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 das nenne ich mal ein faires eins gegen eins und eine Flanke und er hat den Ball verloren ja wo ist denn jetzt Flanke? gute Abwehr Vier-Eck ne? ja das mein Abwehr jetzt ist dann wer zum und erläutert und er hat den Ball zurückgehobert ein Schuss nach vorne gute Ballannahme und Dreck weitergepasst und er schießt weiter nach vorne oder bald schon wieder abgefangen und es geht in die andere Richtung doch mal stirb einfach ohne Witz ohne Witz stirb einfach ich? nein oder nicht komm und jetzt lauf jetzt ist das der Besten der Ball ist frei niemand hat den Ball und sie haben den Ball oha dat kommentator alter ich wette das machst du irgendwann hauptberuflich so gut wie du das machst ja genau was wüsst du da? ja ich suche Grätschen hier und dann läuft einfach nach vorne und eine Bluträtchen das ist rot das ist mir scheißegal das ist natürlich rot das ist mir klar und er zieht die gelbe Karte ja ja bei der Wii gab es für sowas immer rot das Prinzip gab es immer rot das ist Notbremse das ist rot eine große Schweibe wurde nun von denen ja Leute, wie verteidige ich denn? wie verteidige ich? wie heißen die eigentlich? Lukas wer was? wie heißen deine Typen? Juventus Terin eine große Schweibe von dem Juventus Terin nein nein haha schlecht 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 was ich will es ist ein Verständnis also macht es Spaß das der echte Könnte von dort aus treffen nee sagt das ich mein schon ich hat er sagt viele ja er sagt wie kann ich jetzt zum Beispiel Abschlag machen vier oder was das sind die Abiturierung Antiz das war nicht ja klar das ist es die sich dabei vorteil die 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 zwar nichts das ist so wenn die Schöne sind das war nicht das abstoß neuer macht sich bereit der Wink bitte und er schießt den Ball und sagt auf vier Ecke das Abschlag und aufbrechen und es geht also je nachdem und er rennt er rennt laut ist er durchlaut auf den Ball er hat den Ball verloren was hä sind die jetzt kaputt nein nix abseits Reistoß 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 für die Deutschen hey was muss ich denn machen wie geht das einfach und versuch zu zielen und versuch einen Torschuss oder flanken ja geil alter versuch einfach einen Torschuss und er schießt er schießt tatsächlich und er trifft natürlich nicht doch getroffen hat er das Tor und sie haben den Ball schon vor dem Mittelfeld wieder zurückerobert ist das eine Torschance nein die Abwehr hat ja gute Stellung gewiesen und sie rennt nach vorne pass und was war das man hat er es gedacht er könnte von dort aus treffen ach halt die Klappe Alter 5 Minuten Nachspielzeit was zur Hölle ist immer so auch nachher was was wieso pfeift der ab weil ich einen Ball hatte ja und wieso das pfeift kein Schiedsrichter ab sowas doch doch was war das denn aber deine Uhr scheiße nimm endlich die verdammte Batterie aus ihr habt ne Batterie damit die anderen es verstehen ich hab ne Uhr irgendwo in meinem Schrank liegen die immer noch jede Stunde einmal piepst das kannst du bei Alter dich verarschen wieso hier war gerät gestürmt hä lol ja ich hab's auch kapiert niemals 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 ich hab's richtig obwohl es 1-0 steht hatte Deutschland mehr Chancen echt keine Ahnung so hast du falschrum gesagt ich muss sagen obwohl Deutschland mehr Chancen hat liegen sie 1-0 zurück und das ist der Ausgleichsschale von da auch wäre auch so schön gewesen ja hättest du nicht geblockt hättest du durchaus sein können und sie haben den Ball zurückgerubert und sie passt nach vorne gut abgefangen von der Verteidigung eine gute Stellung abgefangen sei alles nein der Rente kann nix wuuu wuuu und der Rente da vorne er passt ab ein freies Tor wört er drausschießen nein er passt nochmal ab und er schießt den Ball weg nix faule nix faule ha sagt er noob 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 wer liegt 1-0 ja ich spiele es wird zum ersten Mal du müsstest mich eigentlich haushock abziehen naja ja wie ging jetzt fairer Zweikampfkreis 3 jeder hat die Chancen der Ball wird abgespielt nein natürlich falsch falsch nicht falsch nicht jeder hat die Chancen Deutschland hat die Chancen danke dass du mir zurückspielst find ich extrem nett von dir also wie kann ich jetzt spielerwechseln mit L1 hier Jürgen die Kraft ab ja ich habe raus in der das die Maströhe Maströhe 3 wenn man sich die technische entscheidet die mir hätte ja und am Ende der Ball 3 2 zu 0 für die Jung Dollar so katholik Vorkwun Wundert schwart sich ist das das ist mein Verteidiger, wie ist das letzte Verteidigertor in uns? und der rennt einfach durch die Verteidigung das sieht der Trainer nicht gerne es ist mir doch egal was der Trainer gerne sieht ich sollte kommunizieren wir sind Weltmeister, was will der Trainer mir daraus sagen? ja und ihr verliert gegen Juff Junge ich spiel das zum ersten Mal und jetzt sag mir nicht mal wie fairer Zweikampf geht immer noch kreis es gibt keinen fairer Zweikampf Dreieck, Dreieck, Dreieck warum sollte ich? kannst du rausrennen? hallo ich hab Manuel Neuerntor aber rausrennen ist lustig ja genau, da musst du ja nur lupfen ach komm dieser Scheiß ja dieser Scheißmann du hast kein Dreieck gedrückt oder? kann ich ahnen das Dreieck ablegen ist ich wollte Abschlag machen damit rennt das einfach nur raus das ist richtig cool das mach ich immer wenn der Ball auf der anderen Seite ist läuft er plötzlich machen halt Neuer rum ja kannst du mit Neuer auch machen das geht nicht mit jedem aber mit Neuer geht das doch doch ja ja oha und jetzt ein Deutscher am Ball und er läuft fast ins aus noch ein Wurf wir machen das jetzt wir machen das jetzt was soll ich denn da machen? das ist keine Ahnung was anderes nein 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 was wie wie sanft muss man denn da bitte schießen? das ist das nur eine Mündelkunde drauf ja was ist das denn? was ist das denn? wie scheiße ist das denn gebalanced? alles so still alles so still also das schieben du findest auch extrem geil oder? ja hallo und er ist frei vom Tor und er schießt und der Ball kullert ins Tor das ist das 3 zu 0 ich würd gern wechseln ich würd gern mein Torhüter ins Tor stellen so viel zu das klappt nicht du würdest mich nicht von Horace nein das klappt nicht wieso klappt das nicht? das klappt nur wenn die Torhüter sozusagen schausten das ist so richtig typisch PS4 alter ey ganz ehrlich willst du willst ein Torhüter und damit mal er auch mal ein Tor macht deswegen was suchst du da ich wollte ein Flanken und ein Tor machen aber du kannst es werden und plötzlich sagen Ball macht doch eine andere Richtung doch sie sind so ist die Spieler nicht zu sagen noch nicht das andere in diesem Spiel schon vor dem Mittelfeld um sie den Ball zurück bringt halt nicht mehr die 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 der hat wir die 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 diesmal machen diesmal dreht sich nicht Deutschland natürlich und ist es eine Torschau ist wird es das 3 zu 1 meinetwürdig nicht natürlich nicht der Städte gleich wird es hier zu 0 wahrscheinlich wird es nein du kleinere Spassi ja was ist das du kleiner Sack alter perfekt perfekt schick ja recht ist mir so egal das ist so egal mann wo spielst du denn hin? nein mein Spieler ja genau alter genau genau sauber schischisch 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 der Futter facken können hatte doch ein Mann der zuerst um Vorteil gegründet was ich weiß und das war so und er schießt und das ist das 4 zu 0 sind erbietet an der wir haben gesagt es gibt wenn jetzt ist jetzt nur hat er noch nicht die neunsten minuten beginnt in kürze auf dem Buch 90 Minuten um doch laufen das musste das musste noch sein ein unfairer gepippt bin es er ist Götze wir wollen für ich hätte diese gelbe Karte sein müssen das ist nur die Frage ja sie gerechtfertigt natürlich sie gerechtfertigt sie ist gegen sie ist ich weiß nicht ob ich es auch so GnS ganz vor ganz vor ganz stur und nicht schön zu haben zu tun hat sie zu enthält seine beiden Bluten Alter und er hat vorhin das ist 5-0 was ist das fünfte Tor in der Nachspielzeit nein er schießt daneben was ist das wie eine scheiß Mannschaft die nicht das Tor treffen kann ja ich weiß es liegt aber vielmehr vor das ist mir so egal ich finde dafür dass ich zum ersten Mal da hab ich mich gar nicht mehr so rausgeschlagen und das Spiel ist zu Ende schöne Spiel ist ein Kackspiel Alter 4 zu 0 dann bedankt mich fürs Zuschauen ja bis dann wir könnten ja Playstation 4 ist scheiße kauft ihr euch nicht in der nächsten Folge gibt es dann das epische Battle Mario gegen mich ja 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 ja